Hier, guck mal. Schreibt doch jemand, das würde ja jedes Kind besser schauspielen. Das wollen wir ja mal sehen. Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Weil ich mir nicht leichter mache, die Entscheidung. Ich schon. Qualität hat halt seinen Preis. Ihren Preis. In Deutschland habe ich das gekaufte Matratze überhaupt. Das kostet nur ein... 199 Euro. Nein, das ist ein Euro. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Doch. Nee, nee, nee. Doch. Sag jetzt mal nichts. Es hat sogar zwei Gehärten. Liegehärten. Zwei Liegehärten. Die eine Seite ist fester. Die eine Seite und die andere weiche. Einfach wenden. Zwei Liegehärten, eine Matratze. Oh, und überhaupt. Oh, oh. Das ist wirklich besser. Nee, nee, nee. Doch. Ich bin sicher. Das ist wirklich besser.